Ich habe nämlich, ich habe nämlich heute morgen, habe ich irgendwann mal wieder Third gezockt und dachte ich so, oh, die haben das wieder verändert, die haben das wieder gefixt, ne? Es sind übrigens genau drei Leute in der Schule. Ich habe einen knocked. Einer ist schon mal Toad. Oh, ich komme mal zu dir gelaufen. Noch einer tot. Hier ist noch einer, ich brauche Hilfe. Unterste Etage. Naja, ich bin hier. Einer ist knocked hier unten rechts. Hast du ja nicht auch gekillt? Ne, ne. Ich habe zweimal den Namen gesehen, dachte ich. Linke Tür irgendwo. Ich habe keine Muni mehr. Okay, er hat drei. Shotgun jetzt, jetzt ist der Toad. You finally killed. Okay, dann müssten alle tot sein. Liegt irgendwo noch eine Leiche? Aber es müsste... Ich habe jetzt aber nur zwei Kills. Du auch, oder was? Ja, ich habe auch zwei Kills. Im Innenhof ist noch einer weggebrochen. Kannst du mir sieben Sechser geben? Äh, fünf. Ja, willst du nicht? Hier. Ja, doch. Ich habe nur zwei Shotguns jetzt. Ja, dann gucken wir hier mal durch, oder? Ich glaube, in Rosak sind gefühlt zehn Leute gelandet, oder so. Ich gehe mal zu diesem Schwimmdingen. Jupp, dann loote ich hier noch durch. Na, warte mal hier. Hier ist eine AKM mit ganz viel AKM und Revolver nebeneinander. Hier hast du viel Muni. Ja, kannst du mitnehmen von mir aus, wenn du willst. Ich habe jetzt eine UMP gefunden, noch erst mal. Na gut. Nehme ich dir erst mal, dann nehme ich nochmal eine bescheitere Waffe. Meinen Bus findest nachher, kannst du auch mal Bescheid sagen? Mhm. Ne, brauche ich auch selber dann. Sind die rechte Hälfte von Rosak hier irgendwo wahrscheinlich. Ah, aber hier sind mehrere Teams, glaube ich, noch. Geht aber schon gut ab hier ne Weile. Ja. Ich habe doch keine AKM-Muni gefunden. Hast du noch was dabei zum Abgeben? Äh, ja. Hier, 30. Ich habe auch ein Vielfach dieses Mal. Ich hoffe, ich habe... Ja, lass uns da ran, oder? Die sind bestimmt mega low. Ja. Oh, die sauber. Die sind einige. Hm. Ich glaube, ich pack da mal lieber auf die 16. Ich weiß nicht, AKM vertraue ich einfach nicht. Links am roten, großen Haus mit Dach. Naja, da habe ich das hinterher nach rechts gegangen irgendwo. Habe ich gesehen. Ja, und an dem kleinen Satellitenhaus ist Auward. Ja. Ich bin aber safe erstmal. Ich heile mich kurz. Okay. Ah, ich habe einen gesehen. So, wer hat auf mich geschossen? Äh, oben im roten Haus. Ja, in der vier Etage. Habe ich knocked. Ist knocked. Sein Mate geht zu dem hin. Sein Mate ist gleich bei dem. Versuchen den Nate reinzuhauen. Ja, ich auch. Oh, meine ist... Vorsicht, meine ist oben. Ab, ab, ab. Wie hast du Kills bekommen, oder? Ja, ja. Ich habe zwei bekommen. Weil bei mir im Killfeed wird nichts angezeigt. Oh, hier liegen vier Leichen drin. Oh, nice. Ich will erstmal hochgucken. Das weiß ich aber nicht, weil ich nicht davon gekillt habe. Ja. Im Killfeed ist auch irgendein Buggy dann noch. Der hat eine K. Ja, können dir, oder? Das ging eben schon mal schief irgendwie. Du darfst nur nicht vergessen, dass du eine K hast. Ja, das ist ja das Problem. Die vergisst du so weit immer, oder was? Nee, aber letzte Runde habe ich es ja vergessen. Ja, ich nehme sie. Oh, ja. Warte mal, habe ich die hier unten gekillt, oder sind oben bei dir auch noch Kisten? Na, hier auf der Treppe sind zwei Kisten. Ah, ja. Krass, dann sind ja alle hier gel... Was, ey, guck mal, hier ist es auch nochmal. Wie geht denn hier ab, ey? Hier sind eins, zwei, drei, vier... Also, Ska oder M4 würde ich nehmen, wenn da irgendwo was liegt. Fünf, sechs, die sind sechs. Äh, kann ich dir leider nicht mit dienen. Okay. Weil der hatte einen AKM halt, ne, AKM's. Weil der eine hatte eine M4, aber die habe ich mir halt genommen. Ja, das ist geil, ich suche eh noch Horror-Games. Slayer 4 habe ich noch nicht gezockt, dann habe ich demnächst nochmal einen Horror-Gamer. Hast du bei dir bei deinem Hubort eigentlich Geld ausgegeben, oder so, dass du zusätzliche Commands machen kannst? Oder reicht die Liste bei dir? Nee, ich habe mir einmal Command-Slots noch gekauft. Okay. Ich glaube irgendwie, weiß ich nicht, 20 Euro oder irgendwie sowas habe ich dafür ausgegeben bis jetzt. Ist ja nicht viel, wenn man überlegt, ich habe Hubort jetzt ja schon seit drei Jahren. Ja, ja. Mal gucken. Wie viel Platz sind denn das, weißt du das noch aus dem Kopf dann? Also, zehn extra oder so? Nee, nee, nee. Ja, zehn extra, du kannst noch mehr holen. Ich glaube, ich habe mir jetzt zehn geholt und ich könnte aber noch mehr. Es gibt halt auch andere Bots, aber ich habe keinen Bock, mir die so einzurichten. Also, dieses Ant-Bot und so ein Shit. Ja, ich kenne das, wenn es einmal läuft, so, warum noch ewig? Ja, das hat halt viel mehr Optionen, ne? Da kannst du halt viel mehr theoretisch noch mitmachen, aber ich denke mir mal, so ist es halt unnötig. Irgendwie so Playlist-Songen oder, oder ja, oder halt so für diese In-Game-Coins oder, also diese Community-Coin-Dinger oder so. Ja, ja. Finde ich immer doof, weiß ich nicht. Nee, nicht. Oh, Schüsse? Wo waren das jetzt so? Ich glaube, drei, vier, fünf die Richtung, ne? Noch rein, Breaker. Ja, ziemlich ruhig hier. Ja, ne? Ja, ne? Wir hatten in unseren ersten zwei Orten Action, aber jetzt nichts mehr. Ich habe auch gar nicht drauf geachtet, ob die Lobby voll war überhaupt. Manche lieben ja eh Rangel immer. Es waren 77 oder so, meine ich. Naja, gut, wenn du dann auch die sieben Leichen dazu nimmst. Welche sieben Leichen? Achso, du meinst immer die FK-Leute und so. Nee, aus Rostock, da die sieben Leichen in dem Haus, dann die vier Leute aus der Schule, uns beide, da sind wir schon bei fünf Leuten. Oh. Oh, hinter uns. Warum bleiben die stehen? Was hat das denn so aus? Hä, er nockt? Ach, der andere legt da noch. Lul. Ich dachte, er wäre tot. Ich dachte auch, der wäre ausgenockt. Der ist einfach nur ausgestiegen und hat sich hingelegt. Ja, ich dachte nämlich auch, der wäre tot. Ich habe mich halt gewundert, warum der auf einmal auf mich schießt, weil der hinter Buggy hat halt nicht geschossen. Ja, und ich dachte jetzt kurz, spielen wir Squat? Ich habe auch kurz überlegt, ob ich von hinten beschossen werde oder so. Ich dachte aber auch, der wäre tot. Ey, der hat die, ja, der DP und Mini. Aber der hat keinen Vierer-Scope, was ist das denn? Der andere? Nee, Mann, der hat auch keinen Vierer-Scope. Hat der noch eine automatische AR-Sky oder so? Äh, nee, M16. Der andere, oder? Vielleicht? Nee, DP und Mini. Braucht halt 5 und 6er nochmal, glaube ich. 5 und 6er hat der andere auf jeden Fall noch. Alter, Loh, ich dachte, der wäre tot. Äh, Rick Sanchez. Ich glaube, äh, ich habe das vergessen, um zu ändern, weil ich gerade noch Daisy-Scope habe. Äh, Claude, bist du zuviellich noch da? Kannst du gerade, oder Aelatec, kannst du das Game ändern? Gameplayern uns Battlegrounds, aber du musst das mit dem Apostrophe ist und so richtig schreiben. Das hat mich jetzt richtig verwirrt. Stell dir mal vor, wir wären so gestorben, wie lächerlich das wäre. Steht da Battlegrounds? Sollte richtig sein? Okay. Ja, gut, ja, dann liegt das an den Leuten. Ich wusste jetzt nicht, ob ihr das gemacht habt, aber ja, manchmal aktualisiert das für Leute noch nicht, äh, in Echtzeit oder so, aber dann ist okay. Wenn ihr das gemacht habt, dann ist es gut. Ich dachte jetzt irgendwie, ich hätte es auch vergessen, dann deswegen. Ich habe gar nicht dran gedacht. So, dann mal gehen. Boah, spiele ich nie, die Mini, ich spiele die Mini eigentlich schon relativ oft, aber die macht mir für eine, links von uns, äh, im Westen, so, da lief gerade was den Berg hoch. Die Mini macht mir einfach zu wenig Schaden. Du triffst manchmal Leute viermal und die leben noch. Los, oder hab du das Tal durch da? Äh, siehst du den? Der ist jetzt da vorne an diesem Baum, 2-4-0. Ich bin mir nicht sicher, ob der das war. Zwei Leute, zwei Leute. Ich würde schießen auf einen. Und sein Maid ist weiter im Westen noch irgendwie. Ja, der ist am Stein, am Stein. Der Stein, der davon ist. Wenn er zu seinem Maid geht, werfe ich eine Naid. Okay. Weiter hinten im Westen auch noch. Ja, ich habe leider nur einen Zweierscope. Ja, aber warte. An dem Buggy. Knockt, knockt. Der eine ist knocked. Bin wieder nicht angekündigt, mit dem Pilfeet. Scheiße, sein Maid kann den holen. Oh, oh, oh. Ich werde beschossen von seinem Maid. So, der ist so ein Buggy im Stein. Der Maid ist auf jeden Fall knocked. Ja, jetzt ist der andere zum Stein gegangen. Shit. Also, bald hinter dem Stein halt quasi, oder? Ja, ja, ja. So ein Maid, der war genockt. Ich habe den noch zwei, dreimal gettet, aber ich habe den Kill nicht bekommen. Also, jetzt sehe ich den Buggy. Wolkenhersteller. Danke für meinen Freund, für deinen Sub. Willkommen im Oma-Paradies mit dem Omega-Freund. Danke dir. Merci. Von Stein. Hier, euer Mephist. Wir haben ja, wenn die sich noch heilen, haben wir ja, weiß ich nicht, 17 Sekunden oder so. Ich schaue mal den Nate hin. Na ja. Meine Granate hat genockt und seinen Wagen explodieren lassen, Lul. Und down. Also, die Nockt-Anzeigen werden mir nie angezeigt, irgendwie. Hm. Ich habe jetzt noch neun Boosts. Warte mal, sind die da drin? Aber ich brauche noch eine Weste. Die sind drin, na ja. Noch, äh, weitere Spieler hinten im Westen. Ganz weit hinten. Ja, ich sehe es. Hat drei Hits. Hat vier Hits sogar. Knockt. Aber ich kann ihn nicht finishen, weil ich den nicht mehr sehe. Der ist außerhalb, aber. Ja, ja. Das Tor. Close? Hier irgendwo noch? Zone irgendwo? Ja. Down. Na ja. Willst du alleine weitermachen, oder? Der hat einen Dreierhelm, ne? Gehabt. Keine Ahnung, der ist aber so weit außerhalb. Ach so. Scheiße, das zieht jetzt viel. Sollen wir wieder rechtsrum einfach direkt in die Zone rein? Na ja, können wir machen. Ich habe noch immer keine Weste, aber geht schon. Ah, Mist. Ja, also, ich habe zwei Kills. Also, ich habe zwölf. Ja. Ja, das ist blöd, wenn man da selber nicht zukommt. Aber es ist ja ein gutes Teamplay. Oh, es sind nur noch, dieses wird mir oben im Killfeed auch nicht angezeigt, jetzt. Mir schon, dann hast du es ausgestellt, oder so. es fehlt ein Bar. Okay, wo es hat jetzt gerade Leute gekillt. 25 auf jeden Fall. Da muss ich gleich mal in die Option gucken. Das geht ja gar nicht klar. Aber das ist ein Job am Flugzeug. hier war irgendwo vor uns doch die Sniper. Am Flughaarzeug. Ja, Flugzeug einer. Der müsste aber vor. Flugzeug ist nicht mehr drin. Ja, der geht vor. Hinterm Job jetzt. Dreierhelme, ja. Ist tot. Sorry. Ne, ne, alles gut. Einer noch. Kann ich den auch noch holen? Ja, klar. Okay, gut. Ja, tatsächlich hier vorne. Ich sehe nicht, ich sehe nicht. Ich weiß auch nicht, irgendwo hier vorne, wo wir den am Anfang vermutet hatten schon. Ey, da habe ich mal eben 14 Kills dann gemacht, ne? Oh, nice. Sehr, sehr schön, der Herr Wingard. Ja, erinnert mich an unser Ball, wo ich uns auf den ersten Platz gecarried habe. Ja, so halt. Das war damals ein bisschen fairer. Okay, ja. Also, bevor ich mache Optionen, wollte ich gucken, wegen Dingen. Kann man das so ausstellen oder so? Ja, du kannst irgendwie, ich kann ja mal sagen, weil ich ja für Anstrengungen habe. Ja, ist echt komisch. Ich habe echt wenig Punkte. Ich habe nur 926. Na gut, ist halt. Oh. Oh.